Hey Trudel! Traudel! Ich habe leider eine... 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 Eine Kiosk... Eine Hü... Eine... Eine Hü... Eine Kiosksbotschaft! Ich habe schlechte Nachrichten. Ja. Du hast wahrscheinlich Corona. Ich habe nämlich nachgelesen, dass man mit Corona seinen Geschmackssinn verliert. Und du hast definitiv keinen Geschmack mehr. Das sieht man an deinem Kleid. Das war ein kleiner Witztrudel. Traudel! Ja, war nicht böse gemeint. So schlimm ist das mit deinem Kleid nicht. Die Frisur lenkt davon ab. Ach, die Trudel. Traudel! Homauso kein Kleid. Was ich sehen? Was ich sehen? Wasn't Marie? Wooong wariert. Was Sie sehen? Was? gaat um Auto mehr? Und hier nein. Die Trudel! Leucht�면ien runter!